hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren video in sachen staubmanagement mein name ist georg ich bin hier zuständiger trainer für stein und beton bearbeitung und dazu brauchen wir natürlich einen erstklassigen sauger der natürlich allen regularien entspricht und dafür habe ich mir hilfe geholt in form von philipp hallo willkommen meiner seite auch ich bin produktmanager hier beim bosch und heute werden wir auf den neuen mitglied unserer familie der h-klassesauger fokussieren genau gesagt die gas 35 h afc fangen wir an mit wann und warum müssen wir eine h-klassesauger benutzen ja und da gibt es ganz spezielle spezifika zu beachten bei dem filtrelement genau später demonstrieren wir wie wir eine entsorgungssack ansetzen und auch entnimmt und das gleiche mit die filterbeutel und ganz zum schluss bringen wir dann noch den überblick über die gesamten zubehöre die für natürlich unsere gesamte sauger familie verwendbar sind und kompatibel sind genau legen wir los für die salz prima georg warum brauchen wir eine h-klassesauger wie ihr vielleicht schon aus dem vorangegangenen staubmanagement video gilt es sehen und gelernt habt wird eu weit die stäube in l m und h klassen eingeteilt genau sobald du mit krebs erregende stäube arbeitest mit ausnahme mit das best und stäube die keimen oder bakterien enthalten musst du eine h-klassesauger benutzen ich sage immer wenn du renovierst und du was nicht ob schimmelsporen da gibt oder wenn du mit mineral phase arbeitest bitte nimmt eine h-klassesauger ja dabei ist aber ganz wichtig zu beachten die h-klasse wird noch unterstützt von nationalen richtlinien die müssen unter allen umständen ebenfalls beachtung beachtet werden ganz wichtig der sorge hier ist eine h-klassesauger ist keine asbest sauger dafür gibt es spezialisierte firmen dann würde ich sagen schauen wir uns doch mal das filter element im detail an ja ein paar wörter über das filter dieses filter hat dann hat eine erhebliche höhe filtrationsgrad wir reden vom 99,995 prozent filtrationsgrad das ist schon eine nummer andere merkmale dieser filter ist mit ptv beschichtet ptv ist eine beschichtung wie man kennt aus den bratenpfannen und die schöne effekt ist dass der staub ganz sehr einfach abgleiten von dieser beschichtung von dieser oberfläche hier und ein anderer merkmal ist diese gummierung auf beiden seiten vom filter und das ist zu verhindern dass man den filter biegt weil wie du weißt eine filter biegen ist nie eine gute idee das ist so eine typische fehlanwendung die draußen im feld einfach zu beobachten ist wenn hier eine filter wechselnde filterreinigung erfolgt und dem haben wir mit dieser gummierung und verstärkung einfach vorgebeugt genau und dann letzter punkt letzter punkt wichtig ist nicht zu denken dass man eine h-klasse filter in einem m-klasse sauger platzieren kann und hoffen wir haben einen h-klasse sauger das funktioniert nicht h-klasse filter für h-klasse sauger um der filter zu ersetzen brauchen wir ein paar dinge zu beachten erstmal wie ihr seht brauchen wir schutzkleidung das heißt erstmal eine minimum ffp2 maske und auch eine voll schutz an weg kleidung georg du siehst sehr schön aus muss ich sagen und dann was ganz wichtig ist auch ist ist es gibt zwei schrauben zu lösen das können wir mit einem passenden schraubendreher machen danke georg und einmal schon die schraube gelöst können wir die klappe dann ganz einfach öffnen und der rest ist beim andere sauger ganz normal jetzt können wir den filter raus neue filter rein und wie beim andere sauger klappe zu und dann die zwei schrauben wieder schließen keine bemerkung meiner seite diese sauger ist noch nicht benutzt worden deswegen darf ich hier so nah stehen an diese staub und filter weil es gibt noch keine haarstaub in den sauger um eine entsorgung sack anzusetzen müssen wir ein paar schritte folgen die sind die gleiche wie beim m-klasse sauger erstmal müssen wir das obere teil abnehmen dann können wir den sack rein genau super also hier man sieht die drei wichtige schritte waren erstmal den sack gut am boden drücken und gegen die innen wände das war super also super gemacht dann man sieht auch die entlüftungsloch ist in den behälter ganz wichtig und dritte dieser metallstift ist durch gelöchert das ist super und so wie diese drei schritte sind wir gut jetzt kann ich wieder das obere teil drauf setzen alles zu und so sind wir schon ansatzbereit um einen entsorgungssack zum entfernen gibt es ein paar schritte zu folgen dieses mal anders wie beim m-klasse sauger erst mal man braucht wieder minimum ffp2 maske und voller schutz anzug und dann auch was neu ist wir müssen erstmal den schlauch abnehmen und das loch mit dem stöpsel zu machen die nächste schritte ist das obere teil abzunehmen und dann können wir ganz vorsichtig den sack zusammenfalten genau und ganz wichtig ist jetzt mit den mitgelieferten kabelbinder den sack unterhalb beide löcher zu verschließen und so machen wir regelkonform jetzt georg um den sicherheitsfilterbeutel anzusetzen gibt es andere schritte zu folgen aber erst mal ein paar wörter was ist diese sicherheitsfilterbeutel also das ist eine zwei in einem vor allem ist es eine fließbeutel wie ihr kennt von die m-klasse das ist eine fließbeutel innerhalb einer entsorgungssack und dann gibt es ein paar merkmale um die du und diese sicherheitsfilterbeutel zu differenzieren von die entsorgungssack erstmal hier den entlüftungsloch hat schon vorbereitet eine aufkleber damit wir danach beim entsorgung sofort und ganz einfach dieses loch zukleben können dazu gibt es hier auch vorbereitet für den beutel die dahinten ist diese wie nennst du das georg staubschleuse eine staubschleuse danke damit auch beim entsorgung die ganze staub innen in den fließbeutel bleibt das werden wir beim entsorgung benutzen und gleich wie beim anderen entsorgungssack es gibt immer noch diese kabelbinder damit wenn alles zu ist können wir immer noch oben den entsorgungssack gut verschließen zum einsetzen ist nicht groß unterschiedlich wie bevor das heißt wir haben genau die gleichen schritte wie bevor gefolgt für den entsorgungssack gut flach am boden entlüftungsloch in den behälter der metallstift ist sichtbar und dazu man hat gesehen dass den fließbeutel schon bereit ist in ansatz zu kommen jetzt müssen wir nur das obere teil drauf platzieren und jetzt ganz wichtig weil wir ihnen eine beutel haben müssen wir unbedingt diese automatische filterreinigung deaktivieren das heißt sobald der sauber an ist drücken wir auf den knopf und so können wir arbeiten los geht georg lass uns sagen du bist gerade fertig mit arbeiten und jetzt willst du normkonform diesen staub entnehmen was sind die schritte zu folgen erstmal wie immer den sauger strom los machen also stecker raus dann ist schon gezeigt den sauger auf null stellen wichtiger schritt habe ich schon vergessen zu erwähnen schutzkleidung minimum ffp2 maske und wieder mal eine voll schutz anzug dann wichtig auch hier ist den schlauch abzunehmen und das loch sofort mit dem stöpsel zu machen dann können wir das obere teil abnehmen und ab hier dann werde du diese sicherheitsbeutel in drei stelle schließen das erste stelle das ist die entlüftungsloch wird auch verschließen zugemacht und dann am ende mit dem mitgelieferten mit dem kabel winder können wir den sack richtig aufschließen wenn ihr all diese schritte befolgt dann denke ich mal ist die möglichkeit mit gesundheitsgefährdenden steuben in berührung zu kommen denkbar gering und das muss das ziel sein kommen wir zum thema zubehör was ist mitgeliefert metallrohre ergänzend möchte ich hier aber noch erwähnt haben philipp dass man das ganze natürlich exklusiv und toll verstauen kann in einer lbox kombination mit einer entsprechenden einlage das ist ein recht unbekanntes zubehör teil im sonderzubehör erhältlich und ja jetzt reichen wir mal die dreiteilige metallbohr einmal zweimal dreimal dann haben wir eine krümmer für die ergonomische nutzung der metallrohre fugen düse prima wenn es eng her geht ganz wichtig eine bodendüse mit bürsten oder mit gummilippen danke gummilippen deswegen die düse kann man hier umbauen für nass saugen der sauger ist dafür auch zugelassen und dann natürlich auch die werkzeugmuffer genau zur adaption des schlauches auf click und clean und mit einem konus vorne die dinger gehen recht oft verloren legt euch also da gleich mal ein oder zwei mehr zu so das ganze ist jetzt sauber verstaut ich hebe das mal so hoch ja passt also noch ein bisschen mehr rein genau mitgeliefert hast du auch einen entsorgungssack perfekt danke und eine sicherheitsfilterbeute wunderbar ihr seht passt alles findet alles seinen platz ich schließe das system und setze das ganz einfach wunderbar auf den sauger und das klicksystem von der lbox das ist einfach ideal um hier eine kompakte saubere ganze schöne einheit zu machen jetzt hast du aber noch einen filter ich kann auch den filter die ist logischerweise auch mitgeliefert der ist angebaut in den sauger der braucht natürlich keinen platz in der lbox genau ein wichtiger punkt meiner seite noch die zubehör außer sack und beutel sind gleiche wie für m-klasse oder l-klasse sauger man sollte auf alle kosten vermeiden diese zubehör mit einer h-klasse sauger benutzen und dann die gleiche zubehör mit einer m- oder l-klasse sauger benutzen ich glaube dem ist nichts mehr hinzuzufügen georg hat wieder spaß gemacht mit dir einen staubsauger zu präsentieren ganz meinerseits philipp überzeugend präsentiert ich hoffe wir können ein paar frage antworten falls nicht bitte schreibt in den kommentare ansonsten gebt uns einen daumen hoch und ganz wichtig abonniert den kanal ja dann würde ich sagen herzlichen dank für eure zeit und bis demnächst bis zum nächsten tschüss aber georg warum brauchen wir eine h-klasse sauger ja weil sämtliche krebserregende ordentlich verpackt setzen wir auf den sauger drauf ja das lbox haltesystem und klicksystem weg machen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal